Ja gleich zwei da oben von den Viechern ey. Langeweile oder was da oben? Ja da ist einer. Jetzt kann ich die sowieso nicht mehr erfassen, weil die zu weit oben sind. Das sind zwei Mäusebussards. Oder habe ich dir was das sind? Ja. Die flogen vorher ganz tief. Vorher sind sie ganz tief geflogen. Die flogen vorher ganz tief. Die flogen vorher sehr, richtig sehr tief. Und da sitze, wie ich rauskam, auf dem Balkon rauskam, um aufzunehmen, wie ich auf dem Balkon rauskam, wenn ich auf dem Balkon rausgekommen bin, um aufzunehmen, um das zu filmen, um eine Aufnahme zu machen, um zu filmen. Da sind sie höher geflogen, sind sie höher geflogen, richtig hoch geflogen. Ja. Ich weiß nicht, was das für Vögel war. War das bei Falken? Oder so? Habe ich dir? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Vielen Dank.